Zumindest ist hier unten die Reihe. Wie weit geht denn das eigentlich? Oh, ok. So, da oben ist Wurscht. Da kommen die nicht durch. So, ich weiß gar nicht, auf der anderen Seite sind da, hier sind glaube ich keine Tür, äh Fenster, ne? Hier oben brauchen wir ja nicht. Das ist, äh, nicht nötig. Gut, so, können wir ja den Fernseher anmachen, machen wir uns einen schönen Fernseherabend. Ach, wir haben ja keinen Fernseher. Das ist natürlich schlecht. So, wir haben 16.22 Uhr. Dann könnten wir eigentlich nochmal raus. Bisschen, ähm, noch erkunden. Womit kann ich den eigentlich reparieren? Metal Stripes. Ok. Wenn wir ein Rohr finden, ich versuche mich dran zu erinnern. Wieso? Wieso kriege ich die Tür nicht auf? Ah, jetzt. Komisch. Sehr merkwürdig. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier waren wir mit Sicherheit schon drinnen. Da hinten waren wir auch. Aber jetzt können wir eben hier die Sachen aus dem Auto mitnehmen. Oh, Yucca. Yucca Pflanzen. Daraus kann man Saft machen. Und hier haben wir Aloe, ne? Ja. Da kann man so Heilverbände mitmachen. recht praktisch eigentlich. Äh, die bringt glaube ich gar nichts. Achso, das war jetzt das Haus, wo drin war, ne? Hier sind irgendwie gar keine Zombies. Also ich hab zwar welche gehört, aber... Puh. Was ist denn das da? Das ist ne Ruine. Bei der waren wir aber noch nicht. Ah, wir werden gleich nochmal Kaffee trinken. Oh, Gläser. Die findet man ja zu... zu... Unhoof. Also diese Gläser. Ist ja Wahnsinn. Ja, die müssen auch mal mit. Hallo? So. Den Nägel nehm ich mit. Ja, den Rest kannst du behalten. Ja. 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 So. Gehen wir mal hier hin. Hier waren wir glaube ich noch gar nicht. Ist mir ziemlich sicher. So. Ah, viel angenehmer alles hier jetzt mit dem Licht. So, was haben wir denn da? Ein Potato. Nichts. Leere Flasche. Finden wir so selten die leeren Flaschen. Hm, da nehme ich die Brunnen mit. Wolle, Moment mal. Wo war jetzt die? Hä? Ah, ich denke, Kochdorf habe ich mitgenommen. Okay. Ähm. Ach, der gibt Crap. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass der vielleicht, ähm, Metallstreifen gibt oder sowas in der Art. Aber, dem ist nicht so. Händen wir alles mit. Ähm, brauchen wir nicht. Und hier ist bestimmt ein Save, oder? Dahinter wahrscheinlich. Ich hoffe es mal. Wollte Antibiotika wären jetzt wesentlich lieber wie irgendeine Waffe. Ja, lasst mich freuen, lasst mich freuen, lasst mich freuen. Hm, die sind ganz schön massiv. Jawohl, da ist ein Save. Wollen wir den mal schnell? Naja, äh, schnell ist, äh, relativ. Und hier oben machen sie schon die Zombies breit. Also oben, draußen, oben. Versuchen schon, irgendwas kaputt zu schlagen. 5, 4, 3, 2, 1, und... Pistolenparts. Pump, Shutgun, Parts. Nehmen wir mal mit. Sonst ist hier nichts. Nothing of Interest. Aber, waren wir noch nicht im ganzen Haus. Hier geht's nochmal nach oben. Ah, eine Leiche. Magnum Grip. Aha. Ja, es gibt hier auch eine 44er Magnum. Oder war es der 367er? Ich weiß gar nicht mehr. Kein Platz mehr. Ken of Peace. Die können wir doch auch so essen, oder? Ja. Ach, ne. Kaffee brauchen wir im Moment hier drin nicht. Was ist auch jetzt da nicht zu verschwenden. Sonst gibt's den... Was ist das denn? Den hatten wir, glaub ich's gerade. So. Das ist das... Metall. Könnten aber auch mal wieder was zerlegen. Sonst ist hier glaub ich gar nichts. Ich hätte die Dose mit ja tun sollen. Obwohl im Moment. So geht's auch. Okay. Dann kommen wir ja wieder hier raus. Und die Sonne geht unter. Ähm. Ich glaub wir gehen mal wieder zurück. Letztes Mal bin ich nämlich auch rumgelaufen noch. Und hab gedacht. Wir schaffen das noch rechtzeitig alles. Und musste im fremden Gebäude übernachten. Das wollte ich eigentlich jetzt weniger. Da ist wieder der Hirsch. Dann versuche ich jetzt aber noch schnell zu kriegen. Auf die Schnelle. Naja hüpft du nur. Sneak Damage. Lebt ja noch. Ja der lebt noch. Lebt denn der alte. Hals Michel noch. Jetzt treffe ich den nicht da ne. Toll. Dann kann ich dich ja auch erschlagen wenn du da festhängst. Das macht ja komische Geräusche. Daaa. Diddle dumm. Diddle dumm. Diddle dumm. Das hätte ich gerne. Das hätte ich auf jeden Fall gerne. Animal Fett brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Das brauche ich schon mal gar nicht. Da kann ich vielleicht irgendwas wegwerfen. Papier kann ich wegwerfen. So. Und dann einmal bitte nochmal die leeren Flaschen. Sind zwar nur vier. Aber ist ja egal. Wir sind jetzt einmal hier am Wasser. So. Und dann gehen wir mal wieder nach Hause. Was sind das? Ähm. Ah ok. Hier halten wir schon ne. Ja. Gut. Und dann hätten wir die Tür zugemacht. Ja. Gut liebe Freunde. Es wird bald Nacht. Ich werde die Aufnahme jetzt hier mal beenden. Ich hoffe es hat euch soweit. Joa. Etwas besser gefallen. Oder. Wie sonst auch. Da rein. Ich glaube die sind unten an der Tür. Das klang nicht nett. Stoff noch eben weg. Jetzt vergesse ich das nämlich nachher in der nächsten Folge wieder alles. Das war die 44er. Das waren Pistolenteile. Blattbeck. Kommt der hier rein. Ja Ben überhalte ich mal. Man weiß ja nie. Was kann doch da rein. Ach das kann Paule habe ich vergessen. So. Ich glaube das reicht für das erste. Ah hier sind ja noch 15 Gläser gewesen. Die hab ich gar nicht gesehen. Die Wutf. Ah ne. Die Wutf. Ne. Die Wutf. Ne. Dann hab ich die aggressiv. Ich glaub die bald ich lieber auch mal. Ja. Muss halt so sein. Den Rest behalte ich mal lieber alles so. Ja. Wie gesagt. Ich spende die Aufgabe jetzt. Äh Aufgabe. Die Aufnahme jetzt hier. Ähm. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Und ähm. Ja drückt die Daumen. Dass wir möglichst bald dieses Schmiedevorausbuch finden. Denn je eher wir das haben. Desto eher werde ich mich in die Wildnis begeben. Da Häuschen bauen und so. So. Ich hoffe mal dass wir das äh. In den nächsten Ingame ein zwei Tagen finden werden oder so. Noch haben wir nicht alle Häuser durch. Ja. Ich verabschiede mich an der Stelle. Sag Bye Bye. Und bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.